Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit kommen wir auch schon zum Tagesordnungspunkt 5. Das ist die Beschlussfassung über die Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Hessischen Landtages. Diese Frage ist geregelt im § 3 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung. Dementsprechend wird die Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten durch Beschluss des Landtages festgelegt. Es liegt ein interfraktioneller Antrag vor. Das ist die Drucksache 20.03. Nach dieser Drucksache soll die Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten auf sechs festgelegt werden. Ich möchte gerne diesen Antrag abstimmen lassen. Wer dem Antrag so zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir das so einstimmig festgestellt und die Zahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten auf sechs festgelegt. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6. Das ist die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten nach § 3 Absatz 2. Wählt der Landtag diese Vizepräsidentin oder Vizepräsidenten geheim? Oder, wenn dem niemand widerspricht, durch Handzeichen, und zwar in getrennten Wahlgängen? Ihnen liegen sechs Wahlvorschläge der Fraktionen der CDU, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der SPD, der AfD, der Freien Demokraten und der Fraktion DIE LINKE mit folgenden Drucksachennummern vor. 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8 und 20-9. Ich darf fragen, ob es hier weitere Vorschläge gibt, ob weitere Vorschläge gemacht werden. Ich sehe, das ist offensichtlich nicht der Fall. Deswegen frage ich, ob der Wahl durch Handzeichen widersprochen wird. Herr Abgeordneter Schaus, bitte schön. Ich muss mich erst noch hier an die Technik gewöhnen. Jetzt habe ich es. Ich muss da, glaube ich, draufdrücken. Herr Präsident, wir beantragen geheime Wahl. Es ist geheime Wahl beantragt. Dann wird auch geheim gewählt. Ich will Ihnen sagen, es hört sich jetzt alles kompliziert an, ist aber in Wirklichkeit ein ganz einfaches Verfahren. Es ist interfraktionell vereinbart worden, dass die Wahl der sechs Vizepräsidenten mit einem Stimmzettel, auf dem die Namen aller vorgeschlagenen Kandidaten aufgeführt sind, durchgeführt wird. Ich sehe, das trifft auf Einvernehmen. Es gibt keinen Widerspruch. Damit sind alle einverstanden. Wenn es anders ist, sollten Sie das jetzt artikulieren. Nein, das ist so. Mir liegen, wie bereits erwähnt, die Vorschläge der Fraktionen vor. Von der Fraktion der CDU wird Frank Lortz vorgeschlagen. Von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Karin Müller-Kassel von der Fraktion der SPD die Abgeordnete Heike Hofmann-Weiterstadt. Von der Fraktion der AfD wird Bernd-Erich Vohl von der Fraktion der Freien Demokraten. Dr. Jörg-Uwe Hahn und von der Fraktion Die Linke wird Herr Dr. Ulrich Wilken vorgeschlagen. Ich bitte jetzt ein bisschen um Aufmerksamkeit, um Ihnen den einen oder anderen Hinweis zum Ablauf dieser Wahl geben zu können. Gewählt ist, wer die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Hessischen Landtags auf sich vereint. Das sind 69 Stimmen. Jetzt bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das sind die Abgeordnete Astrid Wallmann von der CDU, der Abgeordnete Tobias Eckert von der SPD, die Abgeordnete Nina Eisenhardt von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Abgeordneten Walter Wissenbach von AfD, Frau Abgeordnete Marion Schardt-Sauer von den Freien Demokraten und Frau Abgeordnete Elisabeth Kula von der Fraktion Die Linke zunächst einmal zum Ausgabetisch, der rechts von mir steht, zu kommen, um sich vom ordnungsgemäßigen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und natürlich auch der Wahlurnen zu überzeugen. Das tun die Damen und Herren Abgeordneten, Wahlhelfer derzeit und geben mir ein Signal, wenn alles ordnungsgemäß ist, wenn es keine Beanstandungen gibt. Alles in Ordnung? Nein, Sie sind noch nicht. Ah, ja, ja, das muss ja auch ordentlich geprüft werden. Ist alles in Ordnung? Wunderbar. Es wird mir signalisiert, dass keine Beanstandungen gegen den ordnungsgemäßen Zustand erhoben werden. Und damit kommen wir dann auch zur Wahlhandlung. Darf ich um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitten? Das ist jetzt wichtig, und hier wollen wir keine Fehler machen. Damit kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich erfolgen wird, erhält jeder von Ihnen, von der Wahlhelferin und von dem Wahlhelfer, einen gelben Stimmzettel. Auf diesem Stimmzettel sind alle Kandidaten, alle vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatinnen aufgeführt. Und Sie können zu jedem Vorschlag Ja, Nein oder Enthaltung ankreuzen. Und ich weise darauf hin, das ist sehr wichtig, Sie haben also insgesamt sechs Stimmen bei diesem Vorschlag und bei diesem Verfahren. Wenn Sie bei einem Namen mehr als ein Kreuz machen, dann ist die Stimme ungünstig. Ferner darf der Stimmzettel, ich sage es nur der guten Ordnung halber, darf der Stimmzettel natürlich keinerlei weitere Kennzeichnungen enthalten, keinerlei Bemerkungen, auch keine Kommentierungen zu den Kandidaten. Auch in einem solchen Fall wäre die Stimme ungültig. Ich darf Sie dann bitten, den Stimmzettel zweimal gefaltet in die Wahlurne zu werfen. Und bevor die Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen, bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Und deswegen darf ich jetzt bitten, mit dem Namensaufruf der Abgeordneten zu beginnen. Wer von Ihnen fängt an? Wunderbar, bitteschön. Sie kennen sich schon besser mit der Technik. Ulrike Alex, Tarek Alvazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz, Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf-Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Frank-Thilo Becher, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Markus Bocklet, Gibt es Stau? Oder können wir weitermachen? Machen wir eine kleine Pause. Können wir warten? Ja. Alles klar? Okay, okay. Alles klar. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich will das auch erläutern, vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer und Gäste auf der Tribüne sagen, im Augenblick muss es wohl so sein, dass der Abgeordnete Daniel May in diesen Sekunden Vater geworden ist. Das ist ein besonderes Ereignis. Lieber Daniel May, Lieber Daniel May, wir befinden uns zwar mitten in einer Wahlhandlung. Lieber Daniel May, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns zwar mitten in einer Wahlhandlung, aber ich glaube, es gibt Momente des Lebens, die einfach noch wichtiger sind als Wahlhandlungen. Deswegen einen herzlichen Glückwunsch von uns allen. Wir hoffen, die Mutter und das Kind sind wohl auch, ein besonderer Moment bei der Konstituierung des Hessischen Landtags, sein Kind zu bekommen. Wir freuen uns mit Ihnen, lieber Daniel May. Alles, alles Gute für Sie, für die Mutter und natürlich für die neuen Erdenbürger. Ein großer Moment, herzlichen Glückwunsch, ein toller Moment. Vielen herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja auch schon ganz durcheinander. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiter geht's mit Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünnel, Dr. Matthias Büger, Thailan Burcu, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert, Ich bin ja auch schon ganz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eva Goldbach Vielen Dank. Thank you. 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 Weiter geht's mit Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Markus Meisner, Hans-Jürgen Müller, Jörg-Michael Müller, Karin Müller, Regine Müller. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein bisschen unruhig, wofür ich grundsätzlich Verständnis habe, weil es natürlich eine lange Wahlhandlung ist. Aber ich würde doch bitten, dass wir es ein wenig konzentrierter durchführen können, diese Wahlhandlung. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es geht weiter mit Stefan Müller. Peter Müller-Klepper. Volker Richter, René Rock. Vielen Dank. 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 Es geht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es geht weiter mit Astrid Wallmann, Alexandra Walter, Kathi Walter, Torsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel, Felix Martin und Lukas Schauder. Vielen Dank. 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 Liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich frage Sie, konnte jeder hier im Saal seine Stimme abgeben? Hat jeder seinen Stimmzettel abgeben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit der Auszählung der Stimmen zu beginnen.